So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten OBS-Tutorial von mir auf dem Rage Gaming Kanal. Ja, wir haben uns ja das letzte Mal beim ersten Tutorial damit beschäftigt, wie richte ich eigentlich OBS ein, so die Grundeinstellungen, wie mache ich was am besten, damit man eine möglichst hohe Qualität erreichen kann. Und dieses Mal wollen wir uns so ein bisschen mit Zusatzprogrammen beschäftigen, die das Ganze so ein bisschen schöner machen können, womit ihr so die eine oder andere Sache anzeigen lassen könnt auf dem Stream. Und ja, ich habe soweit alles schon mal vorbereitet, deswegen starte ich hier immer die Stream-Vorschau. So, was ihr jetzt hier seht, ist die Spielquelle. Da habe ich gerade mal Counter-Strike Global Offensive einfach mal laufen, wie man das unten sehen kann. Hier in der Taskleiste. Und ja, wir haben ja auch immer diese Schrift Hallo Welt, die ich beim letzten Mal gemacht habe. Das hatten wir ja schon ausführlich gemacht hier mit dieser Schrift. Werden wir allerdings gleich nochmal zukommen, ja. So, jetzt wollen wir zuallererst mal anfangen, uns zwei Programme zu besorgen, nämlich SNAS, also S-N-A-Z und SNIP. Das sind Programme, mit denen man allerhand Sachen anzeigen lassen kann. Ich habe das auch schon mal vorbereitet. Hier nämlich, und da haben wir schon die SNAS-Seite offen. Die Links für SNAS und SNIP werden in der Videobeschreibung stehen, sobald es hochgeladen ist. Also, da könnt ihr das finden. Ihr braucht jetzt euch nicht diese Links abschreiben, keine Sorge. So, ihr seid jetzt hier also auf der Seite und wir wollen SNAS herunterladen, deswegen klickt ihr einfach mal auf Download SNAS. Wartet einen kleinen Augenblick und schon sind wir da. Und ich bleibe mir das jetzt mal hier runter zu C-Video. So, SNAS Setup heißt die Datei. Speichern das Ganze. Ihr könnt das natürlich speichern, wo ihr wollt, in eurem Download-Ordner oder was auch immer. Und installieren das Ganze jetzt einfach mal. Wir klicken wieder ganz normal drauf. Bestätigen natürlich, dass wir das Programm mit Administrator-Rechten ausführen wollen. Wir wollen das als, ja, in Deutsch installieren. Klicken hier im ersten Bildschirm auf weiter. Und hier könnt ihr, ja, im Prinzip einen, ja, einen Pfad bestimmen, wo ihr das Ganze hin installieren möchtet. Und das ist so mein Standard-Pfad, den ich bisher benutze. Wir installieren das Ganze jetzt mal in den Videos-Ordner, deswegen gehen wir da rein. So, C-Video. Da habe ich ja extra einen Ordner erstellt. Und dann macht ihr direkt auch SNAS dahinter. Ich klicke OK. Ihr könnt das auch ganz normal auf dem Standard-Pfad lassen, wie ihr das möchtet. So, einmal auf weiter. Nochmal auf weiter. Desktop-Symbol. Auch hier habt ihr wieder die freie Wahl, ob ihr das erstellen möchtet oder nicht. Ich lasse es jetzt mal angehakt. Klicken auf weiter und klicken auf installieren. Und schon ist das ganze Teil, ja, fertig. Ihr könnt das jetzt hier angehakt lassen oder auch nicht. Wenn ihr es nicht angehakt lasst, startet es natürlich nicht sofort. Ja, dann könnt ihr es aber ganz normal so starten. Ich mache das jetzt einfach mal hier. S-N-A-Z. So, Programme. Starte das Ganze. Und schon habe ich das Programm auf. So, das ist das SNAS-Interface. Ja. Ich mache jetzt hier mal den Browser eben wieder minimiert. Und zeige euch, was ihr hiermit mal jetzt so ein paar Sachen machen könnt. Hier habt ihr zum einen die Zeit. Ja, also Time. Dann habt ihr Date und Countdown to Specific Time. Die werde ich euch alle jetzt gleich erklären. Wir fangen, würde ich sagen, bei Time an. Ja. Dazu habe ich mir mal was vorbereitet. Ja. Wir werden hier einfach mal mein Overlay benutzen. So, Bild hinzufügen. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Top Bar. Ja. Und werde jetzt mein Overlay einfügen. Was ich jetzt auch bei C-Video vorbereitet habe. So. Das ist meine Top Bar. Das haben wir jetzt hier als globale Quelle. Könnt ihr hier bei globalen Quellen machen. Dadurch könnt ihr die problemlos bei allen Folien, die ihr habt, bei allen Szenen verwenden. Ja. So, ich klicke jetzt hier unter Quellen auf einen Rechtsklick, also mache einen Rechtsklick, gehe auf hinzufügen, globale Quellen und wähle hier die Top Bar aus. Bestätige das Ganze mit OK. Bestätige das Ganze mit OK. Und ja, schon seht ihr hier meine Top Bar. Ihr könnt euch natürlich machen, was ihr wollt. Das ist letztendlich einfach ganz normales Photoshop, was ihr da verwenden könnt. Und ja. Damit sind wir also weit erstmal startklar. Jetzt haben wir hier bei mir beispielsweise in meinem Fall Musik, Zuschauer, Lifetimer. Die Info. Da könnt ihr im Prinzip reinschreiben, was ihr wollt. Habe ich so gemacht. Und hier steht bei mir immer die Zeit drin. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr das Ganze macht. Ihr habt hier also euer SNES offen. Ja. Und habt hier Zeit. Damit fangen wir jetzt schon mal an. Output Format. Da steht Time. Doppelpunkt. H-H-H-M-S. Also dann wird es aussehen wie Zeit. Also da steht dann Time und so weiter und so fort. Und hier seht ihr den Pfad, ja. Worin das gespeichert wird. Mit C-Video-SNES-Text-File-Time-TXT. Kann natürlich variieren, je nachdem, wohin ihr SNES installiert. Ihr könnt jetzt hier einfach auf Copy Path to Clipboard klicken. Oder ihr markiert den kompletten Text hier und macht STRG-C. Das bleibt euch überlassen. So. Was wir als nächstes machen ist, ja. Wir fügen wieder mal eine. Ihr könnt das entweder unter globale Quelle machen. Ich mache es jetzt einfach mal als eine, äh, als globale Quelle. Geht wieder auf hinzufügen. Und dann geht ihr auf Text. Und das, die nenne ich jetzt einfach mal Zeit. Wählt euch hier eine Schriftart aus. Ich lasse das Ganze jetzt mal auf Arial. Ihr könnt da natürlich rumexperimentieren, wie ihr wollt. Mit den verschiedenen Schriftarten, die ihr habt. Äh, ja. Da sind euch keine Grenzen gesetzt. So. Ihr klickt, äh, ihr, ihr habt jetzt hier normalerweise Text eingeben, was wir, was man öfter schon, vielleicht schon benutzt hat. Ihr klickt aber nicht auf Text eingeben. Ihr klickt jetzt auch nicht direkt auf OK. Sondern ihr klickt auf Nutze Text aus Datei. Ja. Und hier geht ihr in dieses Freifeld rein. Und fügt mit einem Rechtsklick einfügen, euer, äh, euer Time Text Pfeil ein. Ja. So, dass ihr das genau habt, was hier in dieser Zeile steht. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr ganz einfach auf OK klicken. So. Und ich klicke jetzt nochmal auf OK. Und füge jetzt wieder bei Quellen mit einem Rechtsklick unter Hinzufügen, globale Quelle, diese Zeitszene ein. Bestätige das Ganze mit OK. Ja. Und schon, wenn ihr das hier oben seht, ich ziehe es mal in die Mitte. Ja. Hier. Habt ihr, äh, die aktuelle Uhrzeit. So. Jetzt habt ihr vielleicht, jetzt wollt ihr vielleicht nicht Time da stehen haben, sondern ihr wollt Zeit da stehen haben. Ja. Dann könnt ihr hier hingehen und das einfach nach Belieben ändern. Ihr könnt Zeit eintragen. Oder wenn ihr eine extra Spalte habt, dann könnt ihr das auch ganz weg machen, sodass da nur die Zeit steht. Oder wie ich jetzt beispielsweise immer mache, ist, ich schreibe noch Uhr dahinter. So. Wie gesagt, da sind euch absolut keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt auch AM und PM verwenden, wenn ihr das wollt. Aber ihr müsst es nicht tun. So. Als nächstes, ja, schieben wir uns die Uhrzeit genau dahin, wo wir das wollen. Das kann ein bisschen Fummelarbeit sein, denn wenn ihr hier das mit der Maus einfach mit dem Linksklick haltet und das verschiebt, ja, und ihr versucht es weit nach oben zu verschieben, dann werdet ihr irgendwann merken, so von wegen, aha, bumm. So. Es wird, OBS denkt in dem Fall, ihr wollt das ganz oben am Rand justieren, ja. Ist nicht weiter schlimm, denn ihr könnt einfach eure Pfeiltasten auf der Tastatur verwenden, um da das letzte bisschen Feintuning zu machen. Und dann könnt ihr das beispielsweise möglichst, ja, mittig drauf machen. Ich habe jetzt das 10 Arbeiten mal weggemacht. Dann seht ihr ungefähr, wie das aussieht. Ich würde jetzt beispielsweise, da es eine Uhrzeit ist und der Sekundenzeiger ist ja nicht unbedingt nötig, damit das ein bisschen aufgeräumter aussieht, könnt ihr jetzt auch hingehen und sagen, zum Beispiel, nö, die Sekunden möchte ich nicht angezeigt haben. Und dann macht ihr das $s weg, am besten noch mit dem Doppelpunkt, macht ja Sinn und schon habt ihr nur noch die ganz normale Uhrzeit dort. Könnt ihr jetzt zentrieren, ja. Am besten, wenn ihr es ganz genau haben wollt, dann geht ihr hin, macht hier Rechtsklick, Eigenschaften auf dieses Textfeld und sagt hier benutzerdefinierter Textbereich und klickt hier auf Umbruch und macht die Ausrichtung auf zentriert. Ja, das hat einen Vorteil, werdet ihr gleich sehen. Okay, jetzt habe ich das ein bisschen zu groß gemacht. Gehen wir nochmal auf Eigenschaften. Den mache ich hier die Größe, das macht ihr am besten auf 32 oder ähnliches, damit das nicht ganz so groß aussieht, sonst ist es ein bisschen blöd. Aber, ja, die Größe mit 100 oder 125 könnt ihr im Prinzip machen, wie ihr wollt, ja. So, jetzt habt ihr hier das Feld und die Uhr ist immer zentral in diesem Feld drin, ja. Wenn ihr das jetzt hier zentral macht, ich mache die Szene bei Arbeiten weg, dann sieht das schon ganz ordentlich aus. So, die Zeit haben wir jetzt schon gemacht und die anderen Sachen funktionieren im Prinzip ähnlich. Ja, Datum ist so eine Sache, ich persönlich benutze es nicht, weil ich ehrlich gesagt keine Verwendung dafür bisher gefunden habe, weshalb ich das aktuelle Datum mit auf dem Stream darstellen sollte, könnte man natürlich machen. Aber, ja, ich habe es jetzt mal rausgelassen, weil zu viele Informationen auf dem Bildschirm sind ja auch immer so eine Sache. Man will ja auch noch einiges anderes darstellen. So, jetzt kommt der nächste Punkt, Countdown to specific time, ja. Damit könnt ihr ganz interessante Sachen machen, wie, ja, ein Countdown, wenn ihr zum Beispiel eure Show um genau 20 Uhr starten wollt oder sowas in der Art, dann ist es ganz einfach. Ich mache mir jetzt dafür eine extra Szene hier, ich gehe hier auf Szene, rechtsklick rein, Szene hinzufügen und sage, äh, ja, vorab stream oder sowas. Das könnt ihr auch wieder nennen, wie ihr das möchtet, ja. Und, äh, dort gehe ich jetzt rein und, äh, mache mir wieder eine Quelle, ich mache das wieder über globale Quellen, könnt ihr aber machen, wie ihr möchtet, Text hinzufügen und nenne den jetzt einfach beispielsweise, äh, Countdown, ja, äh, zu Uhrzeit. Ihr könnt da hinschreiben, was ihr wollt, das ist völlig egal. Mache hier wieder, ja, ich lasse es mal arealen, lasse es hier mal Schriftgröße 48, denn das kann nicht schaden, wenn das ein bisschen größer ist. So, jetzt seht ihr hier allerdings, in dieser, äh, Spalte seht ihr noch nichts, ja. Wenn ihr hier was sehen wollt, ist es ganz einfach, ihr müsst das Ding einmal starten. Wenn ihr jetzt allerdings auf Start klickt, werdet ihr eine Fehlermeldung bekommen, please pick a time, that is later than the current time. Bedeutet nichts anderes als, das, was hier steht, 1.1.2013 liegt in der Vergangenheit, ja. Das heißt, ich mache jetzt 29.8.2014, ihr seht es unten an meiner Windows-Uhr, und wähle mir jetzt eine Zeit beispielsweise, wie gesagt, zum Beispiel wollt ihr um 20 Uhr starten abends, ja. Dann könntet ihr jetzt beispielsweise, ich mache jetzt mal hier die %d, Doppelpunkt, mache ich hier bei Output-Format weg, denn, äh, naja, ich denke, niemand von euch wird wahrscheinlich Tag-Anzeigen brauchen in dem Countdown, außer natürlich, ihr wollt, äh, ein, ja, weiß was ich, 24-Stunden-Stream machen und wollt damit, äh, die 24 Stunden runterzählen lassen. Könntet ihr natürlich machen, aber selbst dafür reichen eigentlich auch hier die Stunden. Und deswegen lassen wir das jetzt mal, ja. Und ihr könnt jetzt noch andere Sachen machen, aber wir fügen das jetzt erstmal ein. So, Countdown ist done, äh, und, äh, ich schreibe da jetzt zum Beispiel, es geht gleich los, Ausrufezeichen. Das heißt, sobald diese Uhrzeit hier abgelaufen ist, ja, äh, wird dieses Output-Format, was dort oben steht, in diese Nachricht, äh, ja, umgeändert. Ich starte das Ganze jetzt mal, so, und wir sehen, wir haben noch 13 Stunden und 13 Minuten, grob, ja. Und jetzt, wo das Ding einmal gestartet ist, seht ihr hier auch diese Countdown-Text-Datei. Wir machen wieder Copy Path to Clipboard, gehen in unser OBS, nutze Text-Datei und kopieren das oder fügen das hier wieder ein. Im Prinzip genauso wie vorher auch, wie gesagt. Ihr könnt hier an der Schrift machen, was ihr wollt, ihr könnt einstellen, was ihr wollt. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Gehe auf OK, gehe nochmal auf OK und füge das Ganze hier wieder bei Quellen hinzufügen. Dann globale Quelle, Countdown zur Uhrzeit ein, bestätige das Ganze mit OK und zentriere das Ganze einfach mal. Hier rechtsklick, Positiongröße, zentrieren. Jetzt habe ich die Uhrzeit exakt in der Mitte. Sagt den Zuschauern aber jetzt eigentlich noch relativ wenig, oder? Deshalb wir jetzt einfach hingehen und dem Ganzen etwas mehr Bedeutung verleihen. Indem wir zum Beispiel sagen, der Stream beginnt in Doppelpunkt Leertaste. So, und schon sieht das Ganze nämlich so aus. Ihr könnt jetzt hier im Prinzip wieder zentrieren. Manchmal funktioniert das aber nicht so ganz, denn ihr seht hier, OBS erkennt diese ganze Text-Datei nicht. Denn sobald ihr eine Text-Datei ladet, nutzt ihr Text aus Datei, ist OBS in der Regel nicht in der Lage zu erkennen, wie lange dieses Textfeld eigentlich wirklich ist. Es geht zwar darüber hinaus, aber ihr müsstet jetzt manuell gucken, ist das jetzt ungefähr in der Mitte so? Geht auch anders. Ihr geht wieder auf Rechtsklick, Eigenschaften, und benutzt wieder diesen benutzerdefinierten Text. Hier wären wir zum Beispiel 50. Ihr müsst halt immer gucken, dass hier in der Höhe der ganze Text reinpasst. So, aktivieren den Umbruch und zentrieren das Ganze, ja, und machen hier ein größeres Textfeld. Ihr könnt da jetzt aussuchen, was ihr wollt. Im Grunde könnt ihr auch 1000 eingeben, ist völlig egal. Das Textfeld ist jetzt ein bisschen zu groß. Dadurch, dass ihr den Text allerdings zentriert habt, habt ihr es sowieso in der Mitte. Gehen wir jetzt nochmal auf Positiongröße und zentrieren, ist es jetzt auf jeden Fall mittig. Ja, soviel zum Thema Countdown to Time. Wie gesagt, ihr könnt das für verschiedene Sachen benutzen, beispielsweise, um zu sagen, wann der Stream beginnt, wie ihr das möchtet. Ihr könnt es auch im Stream verwenden, wie es euch beliebt. So, wir gehen wieder zu SNES. Übrigens, nicht wundern, ich hab das jetzt gerade mal minimiert, deswegen werdet ihr das jetzt unten nicht mehr in der Taskleiste zu sehen bekommen. Aber es ist nicht weg, weil sobald ihr es minimiert, findet ihr das unten als dieses kleine blaue Symbol mit dem weißen Kreis hier. Da, wo meine Maus gerade so ein bisschen rum ist, da ist SNES. Ihr klickt es an und schon ist es wieder da. Dann habt ihr es auch wieder hier. Aber sobald ihr das minimiert, hier, minimieren, ist es da unten drin. Dann steht auch SNES, Running Minimized. Okay. So. Diese drei Seiten sind aber noch nicht alles. Es geht nämlich noch weiter. Wir gehen jetzt mal hier auf die sogenannten Chronos. Die Chronos sind Timer. Chrono Down ist im Prinzip genau das gleiche wie dieser Countdown hier, nur, dass ihr keine Specific Timer eingibt. Das heißt, ihr gebt jetzt keine feste Uhrzeit ein, wann das Ding enden soll, sondern ihr sagt jetzt beispielsweise einfach nur Down from 30 Minuten. So. Und klickt auf Start. Dann habt ihr jetzt hier wieder ein Text-File bekommen. Wir machen wieder Copy Pass to Clipboard, globale Quelle, hinzufügen, Text. Und ich nenne das Ganze jetzt Countdown. So. Hier könnt ihr wieder machen, was ihr wollt. Das ist im Grunde völlig egal. Nutze Text aus Datei. Ihr fügt das wieder rein. Rechtsklick einfügen. Und ich klicke jetzt einfach mal auf OK. Und füge das Ganze hier wieder ein. Globale Quelle, Countdown. Schwupp. Und schon habt ihr euren Countdown hier. Da gebt ihr einfach keine Zeit ein, sondern ihr sagt einfach, zähl mal von 30 Minuten runter oder zähl mal von 2 Minuten runter oder was auch immer. Ihr könnt Stunden benutzen, ihr könnt Minuten benutzen und ihr könnt Sekunden benutzen. Das Output-Format könnt ihr auch hier wieder beeinflussen. Zum Beispiel könnt ihr jetzt sagen, Countdown, Doppelpunkt. So. Und schon habt ihr jetzt hier wieder euren Countdown. Denkt dran, auch hier, dadurch, dass ihr Text aus Datei benutzt, kann OBS das Ganze nicht erkennen. Und das heißt, ihr müsst hier auch hier wieder theoretisch diesen Zeilenumbruch verwenden. Ich mache das Ganze nochmal. Wähle hier 50 aus. Wähle hier von mir aus 500 aus. Einfach so, dass es reinpasst. Sachumbruch. Zentriert. Und schon könnt ihr das Ganze auch wieder zentrieren. Ihr könnt es nicht auch nicht nur in die Mitte zentrieren, sondern wenn ihr wollt, beispielsweise auch nur horizontal. Dann bleibt das hier auf der Höhe, aber es ist zentriert. So. Das hätten wir dann auch. Was haben wir noch? Ja, den Chrono Up. Genau, der Chrono Up. Den zeige ich euch am besten wieder in meiner Spielfolie, die ich hier vorbereitet habe. Ich gehe wieder zurück aufs Spiel. Ihr seht wieder diese Folie, wo ich gerade quasi Counter-Strike laufen habe. Und gehe wieder hier rein. Und ja, hier seht ihr hier Chrono Up. Und hier könnt ihr das ein bisschen anders einstellen. Hier habt ihr keine Output-Format-Zeile, wo ihr einfach reinschreiben könnt, wie soll das Ganze aussehen. Sondern hier habt ihr eine Zeile, die nennt sich Pre-Format und Custom-Format. Ihr könnt hier nicht reinklicken. Seht ihr vielleicht schon, ist ausgegraut. Ja. Ihr habt hier viele Pre-Formats. Ihr könnt es im Prinzip machen, wie ihr wollt. Ihr könnt hier sowas machen, von wegen Stunden, Minuten und so weiter und so fort. Ihr könnt aber auch hingehen und einfach sagen, hier diesen Haken zu setzen, Custom-Format. Ja. Und schon könnt ihr das hier wieder selber eingeben, wie ihr es eigentlich wollt. So. Und ich benutze das Ganze zum Beispiel als Live-Timer hier, diese Stoppuhr. Ja. Und ja, ihr könntet jetzt im Prinzip schreiben, Live-Doppelpunkt. Ja, wenn ihr das Ganze schlicht haben wollt. Wenn ihr nicht so eine Leiste habt, wie ich hier oben. Klickt auf Start. Macht wieder Copy Path to Clipboard. Globale Quellen. Hinzufügen. Text. Und wir nennen das Ganze Stoppuhr. Bestätigt das Ganze. Nutze Text aus Datei. Fügt das Ganze wieder ein. Und wie vorher auch schon. Ich wähle jetzt hier wieder mal die Schriftgröße 24. Ihr werdet gleich sehen, warum. Weil ich das hier oben nämlich in die Leiste tun möchte. Klicke auf OK. Klicke nochmal auf OK. Und füge das Ganze hier hinzu. Wieder Quellen. Rechtsklick. Hinzufügen. Globale Quellen. Stoppuhr. Und bestätige das Ganze. Und schon habe ich das jetzt hier drin. So. Wenn ihr jetzt keine so eine Bar habt, ja. Dann könnt ihr im Prinzip alle eure Zeiten oder was auch immer hier da oben reintun. Ja. Ihr könnt das jetzt im Prinzip alles hier einfach da oben hinstellen. So. Da ich jetzt aber natürlich hier eine Folie habe, wo ich das schon drin habe, mache ich das live wieder weg. Sondern ich mache nur diese Zeit, die da läuft. Ja. Und zentriere das Ganze. Ich gehe jetzt wieder hin. Zentriere das eben schnell. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Deswegen mache ich das Ganze jetzt mal eben im Schnelldurchlauf. Das ist schon wieder zu viel. 150 beispielsweise reicht dafür voll aus. Klicke da drauf. Und jetzt, ja, versuche ich das so ein bisschen zentral zu machen. Ungefähr so. Bisschen Feintuning, wie gesagt, könnt ihr dann halt selber übernehmen. So. Und schon haben wir hier oben einen Lifetimer laufen. Die Infozeile. Ja. Da könnt ihr im Prinzip viele Sachen mitmachen. Ja. Ihr könntet jetzt in der Infozeile mit dem Textline-Changer arbeiten. Dieser Textline-Changer hier bedeutet nichts weiter als. Also ihr könnt jetzt Zeilen zu sagen, Hallo, fügen das hinzu. Und jetzt schreiben wir noch Willkommen. Und jetzt sagen wir zum Beispiel noch, machen noch eine Webseite rein. Beispielsweise www.rayg-gaming.de. So. Und jetzt Switch Line Every 5 Second. Ja. Und wenn ihr das Ganze jetzt startet, bekommt ihr natürlich, wer hätte das gedacht, wieder mal eine Textdatei, wo ihr auch wieder einmal Copy Pass to Clipboard macht. Fügt das Ganze am besten als globale Quelle hinzu. Ich nenne das Ganze jetzt Textline. Nutze Text aus Datei. Einfügen. Und wähle hier wieder die 24er Schriftgröße. Denn, ja, das passt ja da oben ganz gut rein. Klicke auf OK. Wieder auf OK. Und füge das Ganze wieder unten bei Quellen hinzufügen. Globale Quelle Textline hinzu. So. Und jetzt haben wir dort genau das. Ja. Jetzt steht hier der Hallo, Willkommen und so weiter und so fort. Ja. Wir machen das Ganze wieder größer, damit das besser passt. Ihr am besten dann, ja, eine Größe finden. Also hier macht ihr am besten immer so eine Größe, die genau da reinpasst, ja. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Beispielsweise hatten wir jetzt in dem Fall so ungefähr, Willkommen, ja. Und ich justiere das Ganze jetzt an dem Rand und versuche die passende Größe zu finden, indem ich hier zum Beispiel mich weiter vorklicke. Ihr könnt ja sehen jetzt, na, das war jetzt ein bisschen zu viel. So. Hier haben wir mit 335 zum Beispiel relativ gut das Ganze abgedeckt. Jetzt habt ihr das ganze Feld, sodass es vollkommen ausgenutzt werden kann. Ein bisschen höher vielleicht noch, damit es nicht so, ja, gequetscht aussieht. Und schon habt ihr in dieser Infozeile was stehen. Ihr könnt natürlich zum einen diesen Textline-Changer dafür verwenden. Ihr könnt ihn natürlich auch anders verwenden, wie ihr das möchtet. Ich zeige euch jetzt nochmal eine alternative Möglichkeit. Ich mache jetzt diese Textline nochmal weg. Ich klicke die hier weg, deswegen seht ihr die nicht. Gehe nochmal auf globale Quelle, mache mir noch eine, sage nochmal Text und nenne die jetzt Info. Und das wird jetzt kein Text aus Datei, sondern das wird jetzt Text eingeben. Es ist ein bisschen, hat jetzt nicht direkt was mit SNAS zu tun, aber ich denke, es ist trotzdem ganz sinnvoll, das zu wissen. So, und ich sage jetzt zum Beispiel mal, herzlich willkommen bei uns auf dem Stream. Ich, oder wir, besser gesagt, wenn ich es so schreibe, wir hoffen, ihr habt Spaß und schreibt im Chat. So, wir haben jetzt hier so einen schönen Text. Und, ja, Schriftgröße noch korrigieren. Und jeder, ja, man sieht jetzt im Grunde sofort, was passiert, sobald ich das Ding einfüge. Also, ich akzeptiere das jetzt, mache okay, füge das Ganze wieder hier ein, hinzufügen, globale Quelle, Info. Bestätige das und ihr werdet natürlich sofort sagen, das ist ja viel zu groß. Natürlich ist das Ganze viel zu groß, da habt ihr natürlich auch völlig recht. Deswegen können wir da so ein bisschen tricksen, ja, deswegen gehen wir wieder in die Eigenschaften. Benutzen wieder unseren benutzerdefinierten Textbereich und machen das Ganze mal so ein bisschen angepasst auf die Größe. Das wird auf jeden Fall noch zu viel sein, ja. Ich, äh, tue das jetzt schon mal so in die Lücke da rein. Pack das Ganze noch ein bisschen runter. Und natürlich sagt ihr jetzt, das ist ja immer noch viel zu groß. Ja, da habt ihr natürlich recht. Wir gucken jetzt, dass wir das Ganze von der Größe her anpassen, sodass es auf jeden Fall in diese Lücke reinpasst. So ungefähr. Und, äh, was wir als nächstes machen, vielleicht mal ein wenig, damit es ein bisschen besser aussieht. Was wir als nächstes machen ist, natürlich, äh, wir brauchen diesmal keinen Umbruch, ja. Dass es links, äh, bündig ist, ist völlig in Ordnung. Es füllt sowieso die ganze Strecke hier aus, also, ne, das komplette Feld, so wie ihr das jetzt seht. Aber wir machen, äh, die Laufgeschwindigkeit rein. Ich mache jetzt zum Beispiel mal eine 50er Laufgeschwindigkeit und, ja, schon seht ihr, dass ihr im Grunde in der Infozeile plötzlich doch wieder alles lesen könnt. Nämlich dadurch, dass ihr einen Lauftext habt. Ja, so, und, äh, das ist eigentlich das, was, äh, was SNES betrifft. Oh, nein, falsch. Eine Sache gibt's noch, ja. Eine Sache gibt's noch. Oder zwei Sachen. Wobei, die letzte Sache ist so eine Sache, müsst ihr selber wissen, ob ihr es benutzen wollt oder nicht. Die Twitch-Viewer, ja. Und, äh, ihr könnt jetzt natürlich hingehen und sagen, ja, Zuschauer-Doppelpunkt, ne, wie das immer so war. Und ich sag jetzt einfach mal, unserem Channel reigigaming.de, ja. Klicke auf Start. Und, äh, ja, jetzt bekommt ihr hier so Sachen, zum Beispiel, ne, unsere Follower-Zahlen. Wenn wir online sind, also, wenn wir live sind, steht da das Game, der Status, wann der Channel erstellt wurde und so weiter und so fort. Ähm, und, äh, ja. Er gibt jetzt Zuschauer-Doppelpunkt-Null aus, nämlich genau wieder hier auf diesem Text-File. Copy-Path-to-Clipboard. Wir machen uns wieder eine globale Quelle daraus, Text hinzufügen und sagen, Zuschauer. Nutze Text aus Datei, das kennt ihr inzwischen, fügen das Ganze hier ein. Ich mache wieder die 24er Schriftgröße, klicke auf OK, wieder auf OK, füge das Ganze wieder ein. Da, da habe ich mich verklickt. Und jetzt hinzufügen, globale Quelle, Zuschauer. So, und jetzt haben wir das Ganze hier drin. Wenn ihr nicht so eine Bar hättet, dann wäre das Ganze natürlich super, wenn der Zuschauer davor steht. Da ich gerade so eine Zuschauerbar davor habe, mache ich das wieder raus, sodass da New Viewer steht. Und, ähm, schon kann ich das Ganze wieder hier anpassen. Ja, ich schiebe dieses Feld hier rein, sodass es passt. Ungefähr so. Mach das Ganze ein bisschen kleiner. Das, äh, kennt ihr ja inzwischen schon. Oh, das ist noch ein bisschen zu wenig, sodass es wieder genau auf das Feld passt. So ungefähr. Und, äh, mache einen Umbruch, um das Ganze zu zentrieren. Und schon haben wir die Zuschauerzahl immer mittig. Äh, das, äh, okay. Ich habe mich so ein bisschen verschoben. Macht aber nichts. Können wir ja noch korrigieren. Da ist nämlich die Kante. Dann müssen wir es ein bisschen kleiner machen. Klick, 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 klick. Klick, klick, klick. So. Ungefähr so müsste es stimmen. Ja. Okay, das mit dem Schieben übe ich nochmal. Das funktioniert jetzt gerade nicht so, äh, ja, wie ich mir, wie das eigentlich sein sollte. Wie gesagt, dann tut hier oben, tut ihr die Zuschauer rein. Müsst ihr halt ein bisschen anpassen, sodass es einigermaßen zentral ist. Und dann läuft das auch. Wenn wir jetzt, wenn mein Channel jetzt gerade zum Beispiel online wäre und wir hätten gerade Zuschauer, dann würde die Zahl sich hier entsprechend anpassen. Wie ihr seht, steht Vios 0, Live Output 0. Im Prinzip, weil unser Channel gerade offline ist. So. Jetzt sind wir im Grunde fertig mit der ganzen SNAS-Geschichte. Und ich kriege auch direkt mal einen .NET-Error. Das macht überhaupt nichts. Irgendwie funktioniert es trotzdem. Ist mir völlig egal gerade. Gut. Wir, äh, wollen weitermachen. Und haben ja noch ein Programm offen. Nämlich SNIP. Das haben wir hier oben. Ja. Auch die Seite, wie gesagt, tue ich euch in, als Download-Link in die Stream-Beschreibung. Und, äh, dann klickt ihr hier einfach direkt auf SNIP. Auf dieses, äh, SNIP 460.7-ZIP. Speichert das Ganze ab. Irgendwie auch hier wieder, wo ihr wollt. Dann gehen wir in diesen Ordner rein. Und, äh, jetzt braucht ihr einen Entpacker. Ja. Ob ihr jetzt 7-ZIP benutzt. 7-ZIP ist zum Beispiel gratis. Das könnt ihr einfach ganz einfach über Google finden. Oder WinRAR. Ist völlig egal. Ich entpacke das jetzt Ganze einfach mal schnell hier hin. So. Und habe den Ordner jetzt hier SNIP. SNIP-Version 4.6.0. Gehe jetzt hier rein und habe jetzt hier einen Ordner SNIP. Weil ich jetzt, ja, den Pfad ein bisschen blöd finde mit 4.6.0. Ziehe ich mir den Ordner, mache hier Rechtsklick. Ausschneiden. Ziehe mir den Ordner hier raus. Gehe wieder auf Video und füge das Ganze hier ein. Dann kann ich den 4.6.0-Ordner löschen. Den brauche ich jetzt nicht mehr. So. Und in diesem SNIP-Ordner ist ein Programm, das heißt, ta-ta-ta-ta. Es heißt tatsächlich SNIP. Ihr führt es einfach nur aus. Ja. Und, äh, habt jetzt hier unten ein kleines Symbol. Seht ihr das in der Taskliste? Achtet wieder auf den Cursor. Daut unten direkt neben SNARS. Wir machen einen Rechtsklick drauf. Und hier seht ihr, was ihr damit alles machen könnt. Ihr könnt, äh, ja, Spotify abgreifen, iTunes abgreifen, Winamp, FUBA 2000 und VLC. Äh, nehmt, was ihr wollt. Ja, im Grunde ist es völlig egal. Ich, äh, benutze dafür jetzt mal Spotify, um euch das zu demonstrieren. So, ich hab hier mein Spotify. Ähm, und, äh, ja, Spotify ist schon angebildet von Standard. Jetzt können wir noch das Ausgabeformat, äh, festlegen. Da klickt ihr drauf, ja. Und das könnt ihr im Prinzip so lassen, wenn ihr wollt. Ihr könnt das aber auch anders machen, beispielsweise das Albumformat. Wer es braucht, also ich persönlich finde, das ist relativ unnötig. Deswegen mach ich das immer raus, damit das Album nicht noch mit aufgezeichnet wird, weil, ja, irgendwo ist halt auch mal gut. So, jetzt haben wir den Track und den Artist, ja. Ich speichere das Ganze. Und, ähm, was ihr jetzt wissen müsst, ist, dass das Snip hier auch wieder Textdatei, eine Textdatei speichert. Nämlich dieses, äh, dieses Snip.txt, die in dem Snip-Verzeichnis direkt liegt. Nun geht ihr jetzt also hin und, ähm, geht wieder in euer OBS. Macht hier wieder eine globale Quelle rein. Das kennt ihr ja mittlerweile schon. Wählt wieder Text hinzufügen. Und ich nenne das jetzt einfach mal, äh, ja, Musik. Nutze Textdose-Datei. Diesmal gehe ich auf Durchsuchen. Gehe in den Snip-Ordner, wo auch immer ihr das habt. Müsst ihr selber wissen. Dann wählen wir die Snip.txt aus. Ja, ich mache das Ganze jetzt wieder auf 24er Schrift, damit das bei mir oben da reinpasst. Und, äh, ja, mache im Prinzip OK. Wieder auf OK. Und füge das Ganze hier wieder ein als Quelle. Äh, Musik. Bestätige das. So, und jetzt seht ihr nichts. Und, nicht, dass ihr jetzt nichts seht, bedeutet nicht, dass es, äh, nicht funktioniert. Das bedeutet jetzt in dem Fall einfach nur, dass, äh, keine Musik läuft. Denn diese Textdatei ist leer. Ja, das kann ich euch ja zeigen. Snip.txt. Ich klicke jetzt mal, äh, ich öffne das Ganze jetzt mit dem Editor. Und ziehe ich das mal hier rein. Und ihr seht, die Datei ist leer. Das liegt einfach nur daran, dass keine Musik läuft. Deswegen starte ich jetzt, ja, dafür muss ich aber natürlich mal eben schnell die, äh, hier. Das ausmachen. So. Damit ihr quasi nichts hört. Weil, äh, ich möchte ja keine Musik verbreiten hier über, äh, ja, dieses YouTube-Tutorial. Das ist ja nicht so gut. Neue Version von Spotify ist mir jetzt gerade mal relativ egal. Äh, und ich, ja, ich spiele jetzt einfach irgendwas ab. Ist völlig wurscht. So. Und spiele das jetzt ab. So. Jetzt habe ich Musik laufen. Äh, ich höre das, wie gesagt. Ihr hört es halt gerade nicht. Ich werde es jetzt einfach mal muten hier. Denn das, mich irritiert das gerade auch so ein bisschen. So. Und was ihr jetzt seht ist, aha, da oben hat sich was getan. Ganz plötzlich steht da was. Seht ihr es? Ich ziehe es mal mitten ins Fenster, ins Bild rein. Ja. Das ist genau diese Musikquelle hier. So. Wenn ihr jetzt hier schaut, könnt ihr das nämlich hier auch sehen. Auf einmal ist das Text-File 1kb groß. Ich öffne es wieder mit dem Editor und ihr seht genau das. Könnt ihr komplett frei verändern, wie auch immer ihr das haben möchtet, ja. Wie auch immer das ausgegeben werden soll, wie gesagt, einfach rechtsklick und ihr macht das, ja, geht auf Ausgabeformat festlegen. Und dann könnt ihr es machen, wie ihr wollt. Und ihr könntet theoretisch auch die Informationen separat speichern. Dann würde er euch für Artist und Track und so weiter extra Text-Files anlegen. Macht euch aber das OBS letztendlich nur, wie soll man es sagen, unübersichtlicher, weil ihr noch mehr Quellen hinzufügen müsst. Gut. Als nächstes müssen wir das Ganze passend machen. Das kennt ihr ja mittlerweile schon. Das heißt, wir machen wieder Eigenschaften bei dieser Quelle und arbeiten mit dem benutzerdefinierten Textbereich. Ja. Denn nur wenn es da reinpasst, sieht es gut aus. So, ich gehe jetzt wieder hin und mache das so ein bisschen manuell. Ungefähr so. Und jetzt müssen wir noch die, ja, das mit 300 habe ich auch relativ gut gegriffen. Tatsächlich, ja, das passt perfekt eigentlich. So. Jetzt habt ihr das so, jetzt sieht es aber wieder blöd aus, weil das Ding ist ja nicht mittig. Also geht ihr wieder hin, macht den Umbruch und sagt zentriert. So. Entweder ihr macht es so oder aber, was passieren kann, ist, wenn ihr auf einmal etwas Längeres anmacht, was auf einmal nicht mehr da reinpasst. Ich weiß nicht, ob ich da gerade spontan irgendwas finde. Äh, irgendwelche mega langen Edits oder so. Ja, genau. Sowas beispielsweise. Ja, auf einmal seht ihr, oh, jetzt habe ich einen Umbruch drin. Ist ja klar, denn es passt gar nicht mehr in die Zeile rein. Ja. Dann nehmt ihr in dem Fall den Umbruch wieder raus und macht wieder mal einen Lauftext rein, indem ihr hier die Laufgeschwindigkeit benutzt. So. Ich mache die Szene bearbeiten weg und schon seht ihr das Endergebnis. Ja. Schon habt ihr hier, ja, einen Lauftext, der euch den aktuellen Track anzeigt. So. Ich mache das Ganze noch ein bisschen kleiner, damit es nicht so übersteht. Es steht immer noch ein bisschen über. Wie gesagt, ich habe das jetzt nur so mal eben schnell gemacht zu Demonstrationszwerken. Ihr könnt euch das, ja, ordentlich machen. Es ist immer ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen Feintuning, ein bisschen Bastelarbeit. Aber das Endergebnis kann eigentlich ganz gut aussehen, ja. Beispielsweise könntet ihr jetzt sagen, oh, ich möchte eine andere Schrift haben. Geht ihr bei dem Lifetimer zum Beispiel hin und sagt so, ich nehme jetzt zum Beispiel die Changa One, die wir immer verwenden. Mache mir jetzt noch eine andere Farbe rein, beispielsweise Giftgrün oder so. Möchte jetzt noch eine Umrandung haben, mache ich hier eine Umrandung rein und so weiter und so fort. Und dann, ja, sieht das Ganze im Prinzip so aus. Müsst ihr ein bisschen mit rum experimentieren. Das Ganze ist jetzt nicht mehr ganz drauf. Kann sein, dass das, ja, ein bisschen zu klein ist, wie auch immer. Ich mache die Umrandung mal wieder raus. Da seht ihr auf jeden Fall die volle Schrift wieder. Klicke jetzt mal auf OK. Und, ja, schon sieht das doch einigermaßen ordentlich aus. Ja, das war es erst mal zu SNAS und SNIP. Ja, wenn ihr da Fragen zu habt, könnt ihr natürlich gerne in die Comments schreiben und so weiter und so fort. Ja, eine Sache, die ich vielleicht noch kurz zeigen kann, ist, sofern ich jetzt nicht die ganze Zeit diesen Fehler bekommen würde, hier bei Systeminfo. Ihr könntet das theoretisch, seht ihr hier Systeminfo TXT. Ihr könntet theoretisch zeigen, wie viel Prozent eure CPU gerade ausgelastet ist, wie viel Arbeitsspeicher ihr zur Verfügung habt, wie viel RAM, also Arbeitsspeicher ihr benutzt oder wie viel verfügbar ist, ja, wie viele Prozesse gerade auf eurem System laufen und wie viel Upload ihr gerade habt oder wie viel gerade ihr downloadet. Und meiner Meinung nach für einen Stream auf Twitch oder auf Hitbox oder sonst wo eine relativ unnötige Sache. Deswegen mache ich persönlich das jetzt, habe ich persönlich bisher nicht benutzt. Wenn ihr das unbedingt benutzen wollt, könnt ihr das natürlich tun, bleibt natürlich euch überlassen. Da könnt ihr einfach hier hinklicken, beispielsweise und schon wäre die CPU-Usage da. Ja, also ihr könnt im Prinzip das alles erst mal nach der Reihe anklicken und schon bekämpft ihr das Ganze in das Systeminfo Textfile. Macht da wieder eine Quelle draus und dann würde das genauso auf eurem Stream erscheinen. Und ja, wer es braucht, ich brauche es wie gesagt nicht. Ich denke mal, ihr braucht es auch nicht. Die Grundfunktion von Stars and Snip habe ich somit erklärt. Ich denke, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Und dementsprechend sage ich mal bis zum nächsten Tutorial-Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, über ein Abo freuen, wie auch immer. Und ja, ich denke mal, in der nächsten Folge befassen wir uns mal mit Alerts, also Follower-Alerts, Subscriber-Alerts, soweit ihr soweit seid. Ich denke, die meisten, die sich solche Tutorials angucken, sind noch nicht soweit, aber wer weiß. Und was haben wir noch? Donation-Alerts natürlich auch. Wie mache ich das eigentlich alles? Oder auch, ja, wie ich beispielsweise bei mir das alles darstelle, also wie die optimale Aufteilung von, ja, von dem Computerscreen, wenn ihr den zweiten Monitor benutzt, wo ihr dann alles darstellen könnt und so weiter und so fort. Ja, ich sage erstmal, tschüss, bis zum nächsten Tutorial, machtet gut und einen schönen Tag noch. Wünscht euch, euer Reggie. Wünscht euch, euer Reggie.